Es geht nicht mehr, dass Fußballfans auf diese Art und Weise benachteiligt werden. Da geht es nicht nur um die Eintracht-Fans, da geht es allgemein um den Fußballfan an sich, der in Deutschland selber, aber auch europäisch, einfach irgendwie besonders behandelt wird. Und das im negativen Sinne. Und das geht nicht, Marvin. Du hast gesagt, es gibt ja Recht und Gesetz, an die man sich halten muss. Das ist die Ebene Recht und Gesetz. Und dann hast du die UEFA-Ebene und da ist das Einzige, wo ich irgendwie eine Chance sehe. Natürlich wirst du es jetzt nicht so kurzfristig auf europäischer Ebene kippen können. Du kriegst dann vielleicht in zwei Jahren Recht, alles gut. Aber die sportliche Geschichte, das kann nicht hingenommen werden. Aber es kann nicht funktionieren, dass Neapel hier mit Fans anreisen darf und wir einfach nicht, weil irgendein Innenminister Neapel-Fan ist, der irgendwie Bock drauf hat, sowieso Fußballfans irgendwie das Leben schwer zu machen. Und dann leidet der Verein Eintracht Frankfurt darunter. Das funktioniert nicht. Es gab diese Geschichten, dass man ohne Karte nicht in die Stadt kann, alles klar. Aber mit Karte geht es eigentlich nicht, dass mir nicht erlaubt wird, irgendwie ein Land zu betreten.